Wasser gibt es praktisch überall, etwa Feuchtigkeit im Erdboden, in Eisschilden und in Körperzellen. Je nach Region, Körperfettanteil, Alter und Geschlecht, besteht der Mensch zu 55 bis 60 Prozent aus Wasser. Bei der Geburt sind Babys sogar noch wässriger. Ähnlich wie Fische bestehen sie zu 75 Prozent aus Wasser. Doch bis zum ersten Geburtstag sinkt der Wasseranteil auf 65 Prozent. Welche Rolle spielt Wasser also im Körper und wie viel müssen wir trinken, um gesund zu bleiben? Das H2O in unserem Körper polstert und schmiert die Gelenke, reguliert die Temperatur und versorgt Gehirn und Rückenmark mit Nährstoffen. Wasser ist nicht nur im Blut enthalten. Gehirn und Herz eines Erwachsenen bestehen zu fast drei Vierteln aus Wasser. Das entspricht ungefähr der Feuchtigkeitsmenge einer Banane. Die Lunge ähnelt mit 83 Prozent eher einem Apfel. Selbst unsere anscheinend trockenen Knochen enthalten 31 Prozent Wasser. Zwar bestehen wir im Wesentlichen aus Wasser und sind davon umgeben, doch warum müssen wir dann so viel trinken? Durch Schwitzen, Urinieren, Stuhlgang und allein durch die Atmung verlieren wir jeden Tag zwei bis drei Liter Flüssigkeit. Da diese Funktionen lebensnotwendig sind, müssen wir den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist wichtig, um D- oder Hyperhydratation zu vermeiden. Beides hat nämlich verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit. Wird ein niedriger Wassergehalt festgestellt, signalisieren Sinnesrezeptoren im Hypothalamus die Ausschüttung von antidiuretischem Hormon. Sobald dies die Nieren erreicht, bildet es Aquaporine, spezielle Kanäle, mithilfe derer das Blut mehr Wasser aufnehmen kann, was zu konzentriertem dunklem Urin führt. Bei erhöhter Dehydratation fallen Leistung, Stimmung, Hautfeuchtigkeit und Blutdruck deutlich ab und es treten kognitive Störungen auf. Ein dehydretes Gehirn muss für die gleiche Leistung mehr arbeiten als sonst und es schrumpft sogar vorübergehend, weil es zu wenig Wasser hat. Eine Überhydratation oder Hyponatriämie wird in der Regel durch übermäßigen Wasserkonsum in kurzer Zeit verursacht. Bei Sportlern tritt diese häufiger auf, da die Regulierung des Wasserhaushalts unter hoher körperlicher Belastung kompliziert ist. Während ein dehydriertes Gehirn die Produktion des antidiuretischen Hormons steigert, verlangsamt oder stoppt ein hyperhydriertes Gehirn dessen Ausschüttung ins Blut. Die Natrium-Elektrolyte im Körper werden verdünnt und die Zellen schwellen an. Im Extremfall können die Nieren die so entstehenden Mengen an verdünntem Urin nicht mehr bewältigen. Es kommt zu einer Wasservergiftung, die zu Kopfschmerzen erbrechen und in seltenen Fällen auch zu Krampfanfällen oder zum Tod führen kann. Dazu kommt es jedoch nur in Extremfällen. Im Alltag ist es für Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ein leichtes, für einen guten Flüssigkeitshaushalt zu sorgen. Lange hieß es, man solle acht Gläser pro Tag trinken. Diese Empfehlung wurde inzwischen präzisiert. Mittlerweile lautet der Konsens, dass die benötigte Wassermenge weitestgehend von Gewicht und Umgebung abhängig ist. Die empfohlene Tagesmenge schwankt zwischen 2,5 und 3,7 Litern für Männer und 2 bis 2,7 Litern für Frauen. Die Spanne kann sich auch nach oben oder unten verschieben, je nachdem, ob wir gesund, aktiv, alt oder hitzegeplagt sind. Zwar ist Wasser am gesündesten, aber auch andere Getränke, sogar koffeinhaltige wie Kaffee oder Tee, führen dem Körper Flüssigkeit zu. Ein Fünftel unseres täglichen Wasserbedarfs steckt im Essen. Obst und Gemüse, zum Beispiel Erdbeeren, Gurken und sogar Brokkoli, enthalten mehr als 90 Prozent Wasser. Sie ergänzen die Flüssigkeitsaufnahme und liefern wertvolle Nähr- und Ballaststoffe. Gutes Trinkverhalten hat auch langfristig Vorteile. Studien zufolge senkt ein optimaler Wasserhaushalt, die Gefahr von Schlaganfällen, hilft bei Diabetes und reduziert eventuell sogar das Risiko für bestimmte Krebsarten. In jedem Fall beeinflusst die richtige Menge an Flüssigkeit, wie wir uns fühlen, wie wir denken und wie wir im Alltag funktionieren. Stille deinen Wissensdurst und abonniere unseren Kanal. Du wirst staunen, wie viel du lernst. Du wirst staunen, wie viel du lernst.